hallo ihr lieben habt ihr auch so tage wo euch alles abfuckt und ihr echt wie überhaupt nicht in der lage seid liebevoll zu sein oder liebe worte sondern alles was ist überfordert euch total und und dann merkte das selber das ist so richtig ein abfuckt halt und weil man schmerzen hat und ja man und dann spricht man extra noch dass man vielleicht ein bisschen verständnis bekommt und so aber das ist echt krass probiere jetzt trotzdem mein bestes draus zu machen um mich nicht die ganze zeit selber anzug gackern fies zu mir selber zu sein weil das bringt ja gar nichts eigentlich fies zu sich oder zu jemand anderen zu sein nur weil man schmerzen hat und überfordert ist ja gerade irgendwie nicht so klar kommt wie ist denn das bei euch wenn ihr vor euren tagen seid kriegt ihr das auch mit mit dieser selbst liebe selbstfürsorge grenzen zu setzen um hilfe vielleicht sogar zu bitten das würde mich mal voll interessieren vielleicht traut sich der eine oder andere mir ein kommentar zu setzen oder halt wirklich darauf zu antworten weil ich glaube nicht dass ich die einzigste frau im universum bin die mal austeckt irgendwie in einer phase wo man sich selber gar nicht leiden kann und damit auch schwierigkeiten hat sich so anzunehmen wie man gerade ist weil das halt so schwierig ist weil man merkt so man ist gar nicht wie mit dem herzen verbunden und so wie sonst sondern es ist so wie als fehlt dir was und man ist so hilflos ja und man fühlt nicht mehr so viel das ist ganz komisch es ist echt schwierig zu probieren zu beschreiben sonst fühle ich mich so voll und kann voll viel geben und so und jetzt ist es so ich fühle mich die ganze zeit wie ausgelaucht und auch destruktive gedanken teilweise ja wo ich mir denke was wollt ihr eigentlich von mir wer seid ihr was wollt ihr also so halt ne ja es ist echt interessant gibt es bei euch die phase auch die frau mit ihrem zyklus spreche ich damit an weil ich halt auch eine frau bin also ich weiß dass der mann auch im zyklus hat aber der ist eigentlich an einem tag 24 stunden und wir haben es halt in einem monat genau das würde mich echt wissen also an liebe frauen an euch da draußen gibt mir gerne mal feedback wie es bei euch so ist ich würde mich freuen und eigentlich will ich nur einen arm genommen werden und verständnis bekommen vielleicht eine wärmflasche und einfach mal dass ich so abgefuckt sein darf quasi halt nur sich einfach mal so angenommen werden möchte man muss ja nicht immer stark sein bis dir ja ich denke es ist auch mal okay sich so zu zeigen einfach mal so ein bisschen höll halten ihr glaubt ja gar nicht wie glücklich ich bin mich jetzt mal so zeigen zu können weil ja dass man auch vielleicht mal mitbekommt hey kiara geht es auch mal nicht gut und da ist nicht immer sonnenschein weil das wetter ist ja auch nicht nur sonnenschein und ja ich glaube das ist total wichtig dass man sich auch mal so zeigen kann und ja ich bin froh vielleicht trifft mir das auch einfach das mal auszusprechen dass ihr so einfach mal so sein zu dürfen und ich nehme mich damit jetzt selber an so zu sein und ich habe eigentlich fast jedes jeden zyklus immer wieder ähnliche themen manchmal mal sind sie mehr ausgeprägt mal weniger und dieses mal fällt mir echt krass auf einfach dieses ungestürm ungetümen in einem was da wütet und ich denke das ist der schmerz körper vielleicht sogar und eigentlich will er ja nur in arm genommen werden also werde ich wohl heute mir eine wärmflasche machen und einfach mich um mich selbst kümmern und lieb zu mir sein ja jetzt habe ich eine tomatensoße selber gemacht mit ein bisschen noch anderen gemüsen drin und werde mir jetzt noch ein paar nudeln machen ich habe heute noch wäsche zu tun und sonst werde ich gar nichts mehr machen einfach sein ich nehme mir viel zu viel vor und ich sollte einfach mal piano machen nichts machen aber das bekomme ich nicht so gut hin mit nichts machen weil ich das drei monate fast gemacht habe mit nichts machen genau man hat ja auch keine lust die ganze zeit am handy zu hocken weiß und das ist auch anstrengend dann irgendwann finde ich total ein buch lesen ja aber dann irgendwie nie und ja es ist echt anstrengend ist einfach nur anstrengend alles ist anstrengend so atmen schon allein einfach zu gucken und aber wer weiß vielleicht geht es auch gerade voll ab wieder mit sonnenstürmen und im kosmos und die erde transformiert sich wer weiß vielleicht hat er das damit auch zu tun ich darf mich jetzt um mich kümmern ganz liebevoll auch wenn das monster ausgruppen sagt so fühle ich mich gerade wirklich dieses so und dann dieses ja es ist echt interessant auf jeden fall lasst ihr eure andere hälfte auch mal raus und oder haltet sie immer schön an der leine und wie ist denn das bei euch das würde mich mal interessieren ob wir auch einfach mal nicht gut drauf sein könnt oder auch mal wie sagt hey mir geht es heute scheiße ist das erlaubt mal heute geht es mir scheiße zu sagen oder sollte man das nicht sagen ja und ich finde es halt interessant wenn jetzt dann so dieser schmerzkörper dieses monster so use kommt und man sich kaum unter kontrolle hat ist es schon mal der erste schritt ist zu erkennen was ich jetzt gerade tue und ich bin so happy dass ich es jetzt endlich erkannt habe weil das schon sich sehr merkwürdig anfühlt muss ich sagen und ich fühle mich auch nicht so wohl und ja ich merke ich ziehe mich dann auch gerne zurück einfach damit ich nicht nur jemand anderen damit belästige weil ich komme ja schon selber nicht darauf klar wie soll es denn da jemand anderes dann hinkriegen außer der ist total voller liebe und kann ganz viel geben dann geht es vielleicht ja oder gleichgesinnte wo man einfach weiß hey was braucht die frau jetzt gerade oder so halt das kann natürlich auch sehr hilfreich sein ja sehr spannend ich bin jetzt echt happy dass ich das jetzt einfach mal so auch aufnehmen kann weil mir das jetzt in dem zyklus echt wieder richtig krass auffällt und ich bin so dankbar das ist für mich gerade voll die erkenntnis reihe und auch geschenke und ja es ist mega schön ich fange jetzt gerade an es anzunehmen und in die vergebung zu gehen und dann auch wie friedlich wieder zu werden mit mir selbst auch weil ich mache ja eh alles in meiner geschwindigkeit und lasse mich da gar nicht mehr verirren oder stressen ich bemühe mich so gut ich kann das wirklich einfach wie loszulassen halt einfach mich zu befreien davon und ja das finde ich mega toll dass ich durch die unfälle da wie was sich gelöst hat oder und wie ihr mit euren schmerzkörper umgeht und wann der da ist vor allem halt ne das würde mich auch mal interessieren wann ist euer schmerzkörper da nehmt ihr euren schmerzkörper war ja ich bin jetzt echt mega dankbar dass ich mit mir selber gespräche führe und feststelle dass der schmerzkörper gerade total an ist und ich mich würde es von eurer seite interessieren egal ob man oder frau bekommt ihr euren schmerzkörper mit und wie geht ihr damit um das würde mich echt interessieren ich verarbeite gerade ganz viel und ja die erkenntnisse flattern so rein und das ist mega spannend für mich ist das ein riesen geschenk gerade auch wenn innerlich ist richtig tobt und bebt und halt ausflippen könnte und nur rumschreien könnte weil es innerlich so aussieht halt in mir und ja es ist echt spannend teilt es mal gerne mit mir wie es bei euch aussieht mit dem schmerzkörper nehmt ihr den wahr wann habt ihr den wie kommt er zu euch könnt ihr ihn wahrnehmen liebe grüße und einen schönen abend an euch alle